Hallo und herzlich Willkommen zur sechzehnten Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal da hatten wir ja ein bisschen weiter gebaut auch und hatten halt hier oben versucht ein bisschen die Lianen wachsen zu lassen, weil die ja bekanntlich auch Holz geben und darum habe ich das auch so ein bisschen komisch gebaut, dass man dann die Lianen trotzdem noch abbauen kann. So, und haben hier unten auch noch die Basis hier zerstört. Das war irgendwie sogar easy, würde ich jetzt sogar schätzen. In diese Folge wollte ich eigentlich auch noch weiter bauen unten. Weil ich sehe gerade, ich habe richtig viel Holz, könnte ich eigentlich mal ein bisschen noch was bauen und mal, also das bringt mir eigentlich gar nichts mehr hier, weil dann mache ich noch mal einen Eisenexte. Ein paar Stück. So, und dann brauche ich nämlich hier nochmal, ja eine Schmiede kann ich ja von mir aus nochmal craften. So, und bin ich immer noch nicht ganz durch, ne? Ne. Die Eisenexte bringen noch mehr. So, und jetzt müsste ich das eigentlich schaffen, wenn das dann alles fertig produziert ist. So, damit das noch schneller geht, baue ich dann noch mal die zweite Schmiede, in die ich mir gerade gecraftet habe. Müsste eigentlich hinpassen, ja. Gut. Mithril. Endlich Mithril gefunden. Guck mal, hier unten geht es noch weiter, ne? Erforschen, erforschen, erforschen. Das ist irgendwie immer am coolsten, das zu erforschen hier alles. Oh, wieder spinnen? Wollen wir wetten? Nö, irgendwie einfach bloß eine Höhle. Okay. Hier scheint anscheinend gar nichts erstmal zu sein. Okay. Heh, lol. Hm. Was ist hier noch? Hier ist, glaube ich, nichts mehr weiter, ne? Da kann ich eigentlich nochmal einen hinsetzen. Ne, ist nichts mehr. Werd bin ich eigentlich unten. Okay, hier bin ich schon fast komplett unten. Okay. Ha, interessant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Da wieder einen Block hinsetzen. Jetzt müsste ich eigentlich bald mal Mithril im Lager haben. Ein Stück zumindest, das hatte ich ja abgebaut gehabt. So, um nochmal ein paar Pilze sammeln. Jetzt müsste es, glaube ich, drin liegen. Ja, Mithril-Erz. Guck mal, kann man sogar herstellen. Das ist richtig geil, dass man das herstellen kann. So, ja, ich sehe jetzt gerade, hm, mal wieder ein paar Monster. Warum haben die sich noch nicht alle, erstmal alle in die Basis. So, Ausstattung. Erstmal allen eine Axt noch geben. Dann denke ich, mehr Schaden. Ne, die machen auch nur so wenig. So, der hat schon... Wer will noch? Wer hat noch nicht? Hm. So, wo kommen sie denn? Von dort oben. Oh, die fallen wieder richtig schnell nach unten. Hä? Hä, was machen die da? Wie wollen die jetzt hier sich durchgraben? Das wäre ja richtig scheiße, wenn die das machen würden. Warte mal. Erstmal gucken. Hä, wie die darüber hüpfen. Ne, wollen sie nicht. Die wollen bloß... Hä? Wäre der Weg nicht schneller? Ich glaube, die schleichen sich einfach nur außen rum. Los, greift sie an, meine Sklaven. Perfekt. Jetzt sind schonmal alle wieder tot. Geht mal kurz in die Basis wieder rein. Los, Leute! Wir schaffen das! Diesmal sind nämlich hier diese komischen Fliegeviecher nicht gekommen. Das ist ganz gut gewesen. So, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Nein, komm, lass dich anvisieren. Zweck auswählen. So, Aufgabe erfüllt. Perfekt. So, schlafen. 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 Warum gehen die nicht automatisch schlafen? Guck mal, selbst wenn die fast full life sind, dann können die auch von mir ausschlafen nach dem Kampf. Damit die für den nächsten Kampf wieder gewappnet sind. Kann man das irgendwie einstellen? Wenn ihr davon irgendwas wisst, dann lasst doch, ja, dann kommentiert doch mal das Video. Guck mal, oh, was habe ich denn jetzt alles? Holy shit, was kann ich denn jetzt alles quaften? Okay. Ja, hier, perfekt. Das wollte ich nämlich quaften. Ähm, davon kann ich eine ganze Menge machen. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich gebe nämlich fast jedem Zwerg jetzt einfach hier solche Waffe. Holzstab. Schaden. Distanz. Okay. Ja, ich mache mal hier solche Axt. Oder solche Steinkeule ist es ja. Also. Ähm. Wann kann ich doch hier Eisentür machen? Doch so weit hinten erst. Oh Mann, da. Eisenfalltür. Dort erst. Dort! Ja, denn ich wollte meine Basis nämlich so ein bisschen... anders noch bauen. Dann machen wir das nämlich mal so. So, zwei Stück auf jeden Fall. So. Oh, hier wollte ich nämlich ein bisschen hochbauen. Dann haben wir das nämlich schon mal angefangen. Hier überall, ähm, Wasser drin steht. Gugenschütze. Ja, haben wir ein paar. Magier. Magier. Holzfäller. Magier. Bogenschütze. Aber wir haben anscheinend keinen, der so ein bisschen noch angreifen kann. Ja, Magier. Komm, hier. Jetzt hat er seine Magierwaffe. Wieder mal eine Ausrüstungsfolie hier. So. Axt. Da. Der kann noch mal was haben. Komm, dann bekommt der hier von mir aus noch eine Rüstung. So. Hat jeder einen Hut auf? Das ist ganz wichtig. Gucken. Jeder muss einen Hut auf haben. Der kriegt wieder seinen Federhut. Weil ich den, wie bekanntlich, am coolsten finde. neue Aufgabe. Achso. Jo. Ja, Atom kann man eigentlich nie genügend herstellen, aber egal. So. Erde. Das ging schnell. Ich habe einmal bloß erst ein bisschen gequervtet. So. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich hier Pilzsuppe und so ein bisschen noch machen. Okay. Das mache ich einfach mal. Jeweils einmal. Pilz. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Und das. Was können wir noch? Einfach nur Pilze. Okay. Das haben wir hier. Hier noch Pilz und Blätter. Die Blätter schmecken nicht so gut, aber naja. Sollen sie machen. Ist das jetzt schon geschafft? Ne. Ich muss noch ein bisschen was machen. So. Das hier bringt richtig viel. Dann mache ich davon mal ein paar. Dann mache ich hiervon nochmal ein paar. So. Die müssen dann auch gequagelt werden. Dann habe ich das auch geschafft. Ähm. Jo. Holzbetten. Hier kann ich davon ein paar machen. Sag ich mal so. Und dann kann ich ja die erweiterten Wetten daraus machen. Die waren ja hier. Zwei Stück. Und jetzt brauche ich wieder. Ah. Sie ist die Aufgabe erfüllt. So. Jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, wie das denn aussieht, wenn ich die übereinander stapel. So. Ha. Das geht ja wirklich richtig dumm. So. Mach mal. Mach mal hinne hier. Ausstattung. Achso. Einen Bogen habe ich jetzt. Bogenschütze. Jo. Wie geht denn da eigentlich? Warum bellen die ja immer auf der... Das sind drei Viecher, ne? Ha. 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 Warum sind das drei? Na ja. Ich lasse die einfach mal da bellen. Oder schreien oder wie auch immer. So. Die haben erstmal wieder Hunger, glaube ich. Neue Aufgabe. Ja. Das erfülle ich sowieso einfach so zwischendurch. Falle. Okay. Mal dieses Dach wollte ich nämlich unbedingt noch quarften. Ja. Das finde ich cool. So. Davon kann ich... Hä? Moment mal. Ah. Jetzt habe ich das weggeklickt. Ähm. Wo war das da? Wir brauchen Kohle. Dann brauchen wir Wasser. Denn... Achso. Ich habe statt Wasser habe ich Stein hingepackt. Kann das sein? Glaub wohl. So. Jetzt kann ich davon 30 quarften. Nochmal 30. Und dann haben wir die Aufgabe schon erfüllt. So. Ähm. Ja. Jetzt kann ich erstmal nicht weiter quarften. Weil ich das hier noch machen muss. Wie kann ich Glas machen? Glas, Glas, Glas. Oder diese Glasscherben meine ich. Ja genau. Die hier. Müssen die erst hergestellt werden? Oder was ist damit? 40 Stück. Ja. Müssen die erst hergestellt werden. Gut. Dann stell die mal her. Pilzsalat. So. Das haben wir auch erledigt. Ähm. Wow. Das sind jetzt einfach mal Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Okay. Komm, das hier mache ich einfach einmal, damit ich es gemacht habe. Wenn mir das nicht mehr so als neu angezeigt wird. So. Erledigt. Das kann ich noch nicht quarften. Das kann ich nicht quarften. Weil mir das fehlt. Öl mache ich mit. Da brauche ich Flaschen. Und für Flaschen brauche ich... Okay. Okay. Wieder solche edelange Crafting-Kette. Im Moment möchte ich, ähm, nicht da unten die ganze Zeit Portal hinsetzen, weil ich ein bisschen Maler sparen will. Erkunden. Wieder eine Aufgabe erfüllt. Ich habe ja schon wieder fast, äh, zwölf Zwerge, ne? Sind auch gar nicht so lange her, dass ich den, ähm, elften Zwerg, äh, bekommen habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kann nämlich da auch noch einer hingesetzt werden? So. Perfekt. Haben die hier schon wieder ein bisschen weiter gegraben? Nö. Ein Glück. Hä, was machen die? Scheren die die? Die scheren die, glaube ich. Alte, die sammeln sogar Sachen einfach mal in ihr Haus rein. Ah, okay. Okay. Das heißt, ich lasse die einfach mal tausend Jahre. Dann haben die die ganze Zeit die Gescherde. Dann habe ich richtig viel Seide. Okay. Hä, easy. So, davon kann ich einfach mal zehn herstellen. Oh, wie viel Holz habe ich denn? Habe ich überhaupt Holz? Ah, kaum was, okay. Okay. Dann müsste ich mich eigentlich mal wieder auf eine Holzinsel begeben. Holz-Action! Ich brauche wieder ein neues Essen, merke ich jetzt gerade. das hier zum Beispiel einfach mal ein paar herstellen, so dann brauche ich davon noch mal ein paar, bäm 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 bäm, so. Ich brauche Holz. Holz. Ich und mein Holz. Holz. Holzfäller. Ja, perfekt. Kann man immer gut gebrauchen. Mal wie das hier schön aussieht, wie ich mich hier lang gegraben habe überall. Ksching, 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 ksching. Okay, die suchen mir einen Weg. Warte mal, habe ich hier keinen Dings mehr drauf? Oh. Okay, geht los. Tut mir leid, Zwerge. Ja, lauf, Zwerg, lauf. Was einfach mal geklappt hat. So. Okay, und wir haben wieder Ratten. Ich glaube, das ist das Stichwort, dass wir mal wieder aufhören mit der Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.